So, dann haben wir das auch. Was brauchen wir noch für den Arbeitsbereich? Im Grunde brauche ich ja noch einen, der abgelaufen wird. Das ist wie immer Sicherheit, dann weiß ich immer, Technik und so weiter, Reinigungsdienste. Eingang. Schneeleopard. Eingang. So. Das heißt, die laufen dann hier runter den Weg und machen das alles sauber. Das heißt, für den Bereich brauche ich mindestens einen Zoopfleger. Schafft ein Techniker das alles. So, du kommst hier auch auf den Sicherheit Eingang Schneeleopard. Dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht nochmal eben Sitzbank und Mülleimer hinkriegen. Dann gucken wir mal. Bisschen Licht. Die Gulp-Ecke muss ich auch nochmal schön machen. Die Gulp-Ecke muss ich mal sehen. Die Gulp-Ecke muss ich mal sehen. So. Hier sind auch gar keine Sitzbänke. Auf wenigstens haben wir jetzt so langsam Geld. Das ist ja auch immer viel wert. So, komm, hier noch. Ich sehe zwar gerade nicht viel, aber... Also, ich sehe mal D慧. Bisschen, ich sehe mal das. Ich sehe mal, ich sehe mal das ist. Ja, ich sehe mal das ist. Ich sehe mich mal die Geräte. Ich sehe mal die Geräte. Bernt der Sitzbäcke. Es sieht dann aus. Müssen wir hier Geld verdienen, die können hier rumlaufen, alles klar. Wie sieht es denn aus, getränketechnisch? Bildung ist halt immer noch ein Problem. Wir können natürlich bei der Bildung auch noch mal... Die Taste wirklich. So, haben wir ein bisschen Musik. Kann man hier so ein bisschen Effektgedöns reinbauen. Da war doch ein Fehlbau. So. Schnee-Leopard. Noch ein bisschen Sumpfgeplätscher. Hier können wir Musik dranhängen. Das müssten wir mal ein wenig neigen, rot. Geht voll über den Korb hinweg, aber egal, hat Strom, hier machen wir Kaffernbüffel. Gehen wir das schön in die Ansicht und gucken mal. So, damit die hier auch was lernen. Dann gehen wir hier rüber. Ich hoffe es guckt nicht raus. So, an den Fernseher können wir auch was dran nageln. Was zeigst du denn? Alles klar. So. Können wir eigentlich auch maximale Reichweite machen. So, dann machen wir hier noch irgendwo den Strauß hin. Haben wir denn hier nirgendwo, wo wir das mal schön hinstellen könnten? Hier hin. Strom haben wir. Strauß. Maximale Ausdehnung. So. Damit die auch schön was lernen. Die sind ja alle ein bisschen doof hier. Deswegen sollen die alle schön was lernen. So. Das können wir so lassen und wir können mal eben ein bisschen Blumen haben wir ja schon. Was nehmen wir denn. Was haben wir denn schönes. Die rote gefällt mir immer ganz gut. Das ist richtig. So. 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 so damit dann auch alles irgendwie wobei hier würde ich ja sagen die schwebt in der luft warum die das umstoßen ich weiß auch nicht ganz unhöfliche menschen hier in dem park so 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 ja bei pflanzen kann man eigentlich viel machen außer pflanzen ich kann aufpassen dass man nicht zu sehr rauskommt dann machen wir diesen stein hier mal einfach ein bisschen schön brennesseln jetzt nicht unbedingt aber fächerblume hier haben wir noch was blaues so so hier kann auch noch was hin hier kann man auch gerade nicht viel zu sagen gerade ein bisschen ruhiger ja das ist natürlich das sollte nicht sein so was könnte man denn vielleicht noch ähm hier 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 o hier 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 ja hier Wasserfahren, Brunnenfontäne. Gucken wir mal, was der Nebeleffekt so bringt. Rauch haben wir hier nicht. Rauchstoß, wehen der Schnee. Stromschnellen, Schneefall, Rauch, Rauch, Nebel, Wasserfontäne. Ich kann da nicht viel erkennen. Soll wohl irgendwas machen. Okay, wir machen, machen wir Plus oder Minus? Komm, wir haben immerhin neue Tiere. Das sollte sich doch bemerkbar machen, oder? So, was haben wir denn? Natürlich ist die Stromquelle nicht zugänglich, klar. Ist nicht zugänglich, ja, genau, genau, genau. Ja, er führt ja auch keinen Weg dran vorbei. Ja, das stimmt. Die kann nicht zugänglich sein, weil hier... Ja, 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 ja.